Künstiges Gold, Duriel-Sets, tolle Items und mehr findet ihr auf aoehh.com. Checkt dafür einfach den Link in der Beschreibung und mit dem Code HGS gibt es an der Kasse nachher nochmal 6% extra. Hallo meine Lieben, ich grüße euch. In diesem Video soll es wieder um den Barbaren gehen. Wir möchten uns in diesem Video um den Vash-Barbaren kümmern. Ich zeige euch, wie ich den ganzen geskillt habe, wie er gespielt wird und wie er abgeht. Bevor wir das allerdings tun, wollen wir etwas anderes tun. Und zwar müssen wir einmal ein paar Unklarheiten aus dem Weg räumen. Das Netz ist im Moment voll von Gerüchten und keiner ist sich so richtig sicher, beziehungsweise ganz viele Leute in der Community, das merke ich selber auch im Stream, Fragen andauert, Mensch, was passiert denn da jetzt genau und und und. Und um da Klarheit reinzubringen, wollen wir da einmal ganz klar drüber reden, was das Problem ist und wie es aussehen wird. Anschließend werden wir uns um den kompletten Bild kümmern, wie ihr das Ganze kennt. Und mit Skill-Dong, mit Paragon-Punkten, mit den Aspekten und auch mit den Härtungen und und und. Bevor wir uns jetzt aber den Skill-Baum angucken, wollen wir einmal über die Bash-Problematik reden, beziehungsweise über die Sache, die für so viel Unruhe oder Unwissenheit sorgt oder Unsicherheit sorgt. Und zwar ist das das Thema Bash. Unser ganzer Angriff, der basiert auf der Fähigkeit Heap zu Englisch-Bash. Und da ist das Problem gewesen, dass Blizzard geschrieben hat, Achtung, dieses Ganze werden wir nerven. Wir haben die Möglichkeit, unsere Basis-Attacke, denn Heap ist eine Basis-Attacke, ganz enorm zu pushen und so mit dieser Attacke tatsächlich als einzigen Angriff eine enorme Menge an Schaden zu machen. Damit können wir 100er Nightmare-Dungeons machen. Mit dieser Attacke können wir aber genauso gut die Überbosse machen, also die 200er-Varianten. Wir können damit Lilith legen, alles ist damit gar kein Problem. Und zwar können wir diesen Angriff sehr, sehr stark pushen, in dem Moment, wo wir zum Schmied gehen und da solche Härtungen drauf machen. Wir haben überall die Möglichkeit, solche Härtungen drauf zu machen. Heap verursacht X-Spaltungsschaden und das ist enorm stark gewesen. Und dieser ganze Schaden für Heap, der ist multiplikativ gewesen. Und jetzt gab es ein Statement von Blizzard, wo drin geschrieben wurde, Moment, wir werden Heap anpassen müssen. Das funktioniert nicht so, wie wir es uns gedacht haben. Und das Ganze ist ein Bugfix. Und Bugfixes werden wir in der Season ändern. Und damit werden wir auch Bash ändern. Diese Aussage hat für sehr viel Unruhe gesorgt, da ja sehr, sehr viele Leute zu diesem Zeitpunkt schon Bash gespielt haben und jetzt Angst hatten, dass die ganze Mühe natürlich umsonst war, dass man sich umsonst den Charakter hochgezogen hat, die Aspekte gefarmt hat, die Items gefarmt hat, die ganzen Härtungen vorgenommen hat und, und, und. Und diese Unruhe ist meiner Meinung nach auch durchaus verständlich gewesen. Und das Problem an dieser Geschichte ist, dass diese Unruhe und diese Unwissenheit, beziehungsweise diese Aussage von Blizzard immer noch im Raum steht bei vielen Leuten. Und viele Leute jetzt Angst haben, dass Bash wirklich genervt wird. Da kann ich euch aber beruhigen und da möchte ich euch beruhigen, das Ganze wird nicht passieren. Heute Abend ist der Patch und Blizzard hat auch schon geschrieben, was damit passiert. Und das zeige ich euch einmal eben kurz, um die ganze Unruhe rauszubringen. Und damit wir ganz normal mit dem Bild starten können. Dafür ziehe ich einfach mal den Post hier rein und den gucken wir uns mal gemeinsam an. Das Ganze ist nicht nur irgendein Post, das Ganze ist ein Post direkt von Adam Fletcher. Und das Ganze wurde auf X gepostet. Und der Satz, der uns am meisten interessieren sollte, steht direkt hier. Bash is still multiplicative and the nodes are being updated. Und im weiteren Absatz steht dann auch drinne, nothing was changed for this. Ganz, ganz wichtig. Es wird dort nichts geändert. Das Einzige, was geändert wird, ist tatsächlich das Tooltip. Und das steht hier unten nämlich auch nochmal drinne. Hier steht nämlich ganz klar drinne, dass sie nichts ändern werden. Nur das Tooltip selber und Bash wird genau das gleiche sein wie vorher. Und es ist weiterhin multiplikativ. Und genau das ist auch die Geschichte, dieses Multiplikative. Dadurch steigern wir den Schaden so ungemein hoch bei diesem ganzen Angriff, bei diesem ganzen Bild. Und da gehen wir jetzt genau darauf ein. Deswegen fangen wir jetzt an mit der Skillung, wo alle Ungereimtheiten oder Unklarheiten beseitigt sind. Also Leute, fangen wir direkt an. Wir spielen einen Heap-Barbar zu Englisch Bash. Und dieser Barbar ist sehr stark. Dieser Barbar ist, glaube ich, mit einer der stärksten Barbaren-Varianten, die wir diese Season überhaupt spielen können. Ich würde sagen, der Dornen-Barbar ist auch sehr stark. Der Dornen-Barbar ist aber wesentlich schwerer zu spielen, weil es wesentlich schwieriger ist, dafür das Equip zu erreichen. Der Bash-Barbar im Gegensatz dazu ist relativ leicht zu equipen. Und das werdet ihr auch gleich sehen anhand meines Equips. Mein Equip ist nicht sehr gut. Wirklich nicht. Den habe ich gestern mal ganz spontan erstellt. Und ich habe ihn mit dem Equip erstellt, was er hier auf der Bank liegen hatte. Deswegen werdet ihr auch sehen, dass hier nicht alle Items perfekt gerollt sind. Aber wir gehen darauf an, was auf den Items wichtig ist und und und, sodass ihr das Ganze nachbauen könnt. Der ganze Bild basiert auf einer einzigen Attacke. Und zwar ist das tatsächlich unser Bash. Und viel mehr brauchen wir auch nicht. Das Ganze drumherum schmücken wir dann mit unseren Rufen und mit unserem Berserker und diesen Geschichten. Aber wir gucken uns zuerst einmal die Skillung an. Und dafür mache ich das Ganze einfach mal groß. Und wir gehen direkt auf die Fertigkeitspunkte. Ganz oben skillen wir diesmal nicht irgendetwas, sondern da skillen wir tatsächlich unseren Hauptangriff. Aber passt auf, Leute. Wir skillen nur 5 Punkte hier rein und packen 1 Punkt einen verbesserten Hieb rein. Wir skillen nicht diesen hier und wir skillen auch nicht diesen hier. Beide Punkte bringen uns in diesem Fall nämlich nichts. Erstens brauchen wir keine Wut. Wir haben sowieso immer volle Wut. Und zum Zweiten wollen wir auch nicht unsere Kern- oder Waffenbeherrschungsfähigkeit überwältigen lassen. Haben wir nämlich gar nicht drinne. Deswegen können wir uns diese Punkte hier ganz getrost sparen. Und wir brauchen nur 5 Punkte hier drin und einen verbesserten. Alleine hierdurch haben wir jetzt schon mal einen ganz guten Basisschaden. Und wir gehen in die nächste Seite. Die gucken wir uns einmal kurz an und stellen fest, dass hier überhaupt nichts geskillt wird. Brauchen wir nicht. Unser ganze Bild funktioniert tatsächlich mit diesem Angriff. Und wir brauchen nichts anderes, um Schaden zu machen. In der nächsten Zeit skillen wir natürlich umso mehr. Und das ist eigentlich relativ Standard. Das machen ganz, ganz viele Barbaren. Und zwar ist das einmal der Schlachtruf. Den skillen wir mit verbesserten Schlachtruf. Dieses Mal aber nicht die Wut erzeugen ist. Die brauchen wir in unserem Bild ja nicht, weil wir sowieso nur die Basisattacke nehmen. Beziehungsweise wir nehmen in meinem Bild auch noch eine andere Attacke. Dafür brauchen wir Wut. Aber das ist völlig egal. Wir machen nicht den taktischen Schlachtruf in diesem Fall mit. Dafür gehen wir hier unten hin und dadurch werden wir zäher. Wenn wir das Ganze drücken, den Schlachtruf, dann haben wir nämlich verleiht euch 10% eures maximalen Lebens als Stehlung. Während Schlachtruf aktiv ist, erhaltet ihr jedes Mal, wenn ihr direkten Schaden erleidet oder verursacht, zusätzlich 2% eures maximalen Lebens als Stehlung. Und dadurch werden wir einfach tankiger. Und das ist nicht schlecht. Wir selber machen ganz, ganz viel Schaden. Und wir wollen dabei natürlich möglichst tankig sein, weil wir immer mittendrin stehen in den Mobs. Deswegen skillen wir in diesem Fall den strategischen Schlachtruf und nicht den taktischen Schlachtruf. Dann skillen wir weiterhin hier die nächste Fertigkeit und das ist der Herausforderungsruf. Beim Herausforderungsruf ist es auch anders wie in meinen meisten anderen Bilds. Und zwar skillen wir hier nur den verbesserten Herausforderungsruf. In beide tun wir allerdings auch nur einen Punkt hier rein. Der verbesserte Herausforderungsruf sorgt dafür, solange herausforderungsaktiv ist, wird euer maximales Leben und 20% multiplikativ erhöht. Auch das erhöht unseren Lebenspool wieder ungemein und wir werden dadurch tankiger. Jetzt habe ich normalerweise immer diese Sache noch mitgeskillt, weil wir spotten ja mit dem Herausforderungsruf die ganzen Monster. Und dann habe ich es immer so gemacht, wenn die mich sowieso angreifen, dann möchte ich dafür auch Wut bekommen. Brauchen wir in diesem Fall allerdings nicht und deswegen habe ich diese Punkte hier auch nicht mitgeskillt. Was ich allerdings noch mitgeskillt habe in dieser Runde oder in diesem Knotenpunkt ist einmal hier imposante Erscheinung. Hier knallen wir die vollen Punkte rein, einfach um nochmal sehr viel zusätzliches Leben zu bekommen. Und hierüber bekommen wir nochmal eine ordentliche Schadensreduktion gegen Elite-Gegner. Und deswegen wird auch das gemaxed. Bei unserem Equip, da kann ich schon mal spoilern, wenn wir das Equip härten, dann werden wir auch versuchen, entweder diesen Wert ganz oft auf unser Equip rauf zu härten oder diesen Wert rauf zu härten. Beides ist in Ordnung mit dem Einsteigernwert unser Leben, mit dem anderen machen wir die Schadensreduktion. Diese beiden Werte spielen nachher bei der Härtung tatsächlich eine Rolle. Gucken wir uns aber mal den nächsten Knotenpunkt an, um weiter voranzukommen. Hier habe ich natürlich den letzten Ruf noch mitgeskillt, das ist der Kriegsschrei. Den Kriegsschrei, den mit verbesserten Kriegsschrei, damit wir im Berserker-Modus landen. Und dann habe ich hier nochmal die Geschichte mit drin, dass der Schaden nochmal erhöht wird. Und auch hier ist das Ganze, dass wir in diesen Kriegsschrei auch nur einen Punkt reinpacken. Das heißt, unsere ganzen Rufe, der, der und der, werden nur mit einem einzigen Punkt gefüttert. Jetzt habe ich etwas sehr, sehr Interessantes hier noch mitgemacht, was in vielen Varianten auch nicht vorkommt. Ich benutze den Tritt. Der Tritt, der sorgt bei mir in meiner Skillung dafür, dass ich Wut ausgeben kann. Wenn ich volle Wut habe, dann kann ich einmal Tritt wirken. Ich habe immer zwei Aufladungen Tritt parat. Und wenn ich dann Tritt wirke, geht mein komplettes Mana weg. Das habe ich nämlich hier oben mitgeskillt, mit dem starken Tritt. Und macht dabei jede Menge Schaden. Das ist die eine Geschichte, ist aber gar nicht so wichtig. Viel, viel wichtiger ist dieser Punkt. Wenn ihr Gegner mit Tritt Schaden zufügt, sind sie vier Sekunden lang verwundbar. Wir haben eine zusätzliche Chance hiermit, oder eine garantierte Möglichkeit, unsere Gegner verwundbar zu machen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich diesen Punkt hier mitgeskillt. Man kann das Ganze auch anders lösen, mit anderen Attacken. Ich finde diese Attacke allerdings relativ charmant. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr genügend Schaden macht, dann braucht ihr hier diesen Tritt nicht mitskillen. Dann könnt ihr Tritt komplett rausnehmen, diese Fertigkeit. Dann habt ihr eine Fertigkeit wieder zur Verfügung. Und dann könntet ihr rein theoretisch noch hier die Eisenhaut mitnehmen. Dann werdet ihr nämlich noch tankiger. Also wenn ihr Eisenhaut skillt, ist das die tankige Variante. Skillt ihr hier Tritt, ist das die offensive Variante. Und ihr werdet noch ein bisschen mehr Schaden machen. Weil ihr jetzt nämlich tatsächlich dafür sorgen könnt, dass die Bosse fast immer verwundbar sind. Bevor wir dann aber in die nächste Ebene kommen, haben wir hier noch ein paar andere Sachen, das geht. Und die wollen wir uns natürlich auch angucken. Wir sorgen zum einen natürlich wieder dafür mit drei Punkten, dass unsere Rufe länger andauern. Dann haben wir hier nochmal die Geschichte, dass unsere Rufe jetzt auch unsere Mitspieler heilen. Und wir bekommen weniger Schaden, solange ein Ruf aktiv ist. Wir sorgen dafür, dass immer mindestens ein Ruf aktiv ist. Und deswegen haben wir auch immer diese 12% Schadensreduktion auf uns drauf. Dann habe ich hier unten nochmal was mitgeskillt. Erhaltet im Berserker-Modus nochmal Schadensreduktion. Und ich habe hier nochmal drei Punkte mit rein. Wenn eine Raufbeutfertigkeit mindestens einem Gegner Schaden zufügt, verfallt ihr drei Sekunden lang in den Berserker-Modus. Auch das ist ein Grund, warum ich hier natürlich nochmal den Tritt mit drin habe. Denn hier rüber, das ist eine Raufbeutfertigkeit, genauso wie das hier auch. Dadurch kann ich nochmal zulässig in den Berserker-Modus kommen. Und ich möchte nach Möglichkeit auch permanent im Berserker-Modus sein. Also drei Punkte hier rein und drei Punkte da rein. Dann sind wir soweit fertig. Wir können in die nächste Zeile gehen. Und in der nächsten Zeile ist nichts sehr Spektakuläres drin. Ich habe ein Punkt hier in C drin. Jedes Mal, wenn ihr direkten Schaden erleidet, erhaltet ihr 0,4% maximales Leben als Stehlung. Dadurch werde ich denkiger. Und dann habe ich drei Punkte hier drin und drei Punkte dort drin. Dieses hier sorgt dafür, erhöht die verliehene Schadensreduktion, während ihr gestillt seid um zulässig 6%. Dadurch werde ich wieder tankiger. Und hierdurch mache ich nochmal enorm viel mehr Schaden. Solange ihr um mindestens 50% eures maximalen Lebens gestillt seid, erursacht ihr 12% multiplikativ mehr Schaden. Wir werden durch diese beiden Punkte und auch durch andere Sachen immer voll gestillt sein oder fast immer voll gestillt sein. Und deswegen haben wir immer diese 12% multiplikativ mehr Schaden. Drei Punkte noch hier oben rein. Dadurch machen wir auch nochmal ein bisschen mehr Schaden und haben nochmal ein bisschen Schadensreduktion und Fernkampf. Ist auch eine nette Geschichte. Deswegen drei Punkte. In der nächsten Zeile skillen wir natürlich den Zorn des Bärserkers mit. Wieder voll. Denn das ist ein ordentlicher Damage Boost. Und wir werden zäher und schneller. Das sollte man auf jeden Fall machen. Und wir werden auch dafür sorgen, dass wir diesen hier nach Möglichkeit ganz, ganz oft nutzen können. Deswegen gehen wir nachher auch bei der Härtung tatsächlich auf Abhängzeitenreduktion für den Zorn des Bärserkers noch mit. Da kommen wir dann aber gleich noch zu. Was ich hier aber auch noch mit geskillt habe, ist natürlich hier einmal Aufmischen und einmal die Erschütterung. Ich habe in beide Passive auch drei Punkte reingemacht. Und das sorgt nämlich zum einen dafür, dass wir mehr Schaden machen, wenn unsere Gegner verwundbar sind. Und wir haben eine Chance, und das ist ganz interessant, dass wir unsere Gegner betäuben können. Diesen Wert hier, Erschütterung, den werden wir nachher auch wieder bei den Härtungen erhöhen. Ihr seht ja schon, dass ich den schon auf Level 5 gemacht habe. Und desto höher wir diesen Wert kriegen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit einem Glückstreffer unsere Gegner betäuben. Dieses hier ist übrigens auch der Grund, warum wir bei unserer Waffenauswahl, und das zeige ich euch einmal ganz kurz, als Einhandwaffe einmal ein Ramaladnis tragen. Das ist ein Schwert, da gehen wir gleich beim Equip aber noch genauer drauf ein. Und in dem anderen Einhandwaffen-Slot, da tragen wir tatsächlich eine Wuchtwaffe auch drin. Diese Wuchtwaffe, die brauchen wir, haben wir ja gesehen, genau für diesen Punkt, damit wir hier, da ist das Ganze, aufmischen und Erschütterung überhaupt nutzen können. Beides funktioniert nur, wenn wir auch eine Wuchtwaffe benutzen. Wir schlagen bei unserem ganzen Angriff bei Bash die ganze Zeit mit zwei Einhändlern zu. Und wenn wir das hier geskillt haben, dann haben wir nur noch einen einzigen Punkt über, und diesen letzten Punkt, den packen wir dann hier rein in Entfesselt, erhöht die maximale Dauer des Berserker-Modus um 5 Sekunden und erhöht seinen Schadensbonus auf 100% multiplikativ. Damit ist die Sache fertig, wir haben alle Skillpunkte ausgegeben, und wir können uns das Paran-Bot angucken. Im Paran-Board gibt es nämlich einiges zu machen, wir haben insgesamt 6 Glyphen aktiv. Ich habe angefangen, bin hier über die Damage-Seite hochgegangen, auf die erste Glyphe. Da habe ich Territorial drin, das sorgt nämlich dafür, dass wir an nahen Gegnern mehr Schaden machen. Und wir haben eine Schadensreduktion drin. Das ist auch gut, das ist nämlich der Bonus. Wir wollen nach Möglichkeit ja möglichst viel Schaden machen, ist klar, aber wir wollen dabei auch Tanky sein, deswegen ist Territorial eine perfekte Glyphe. Wir skillen natürlich soweit die Geschicklichkeitspunkte, die hier am Radius sind. Ich bin hier runter nochmal gegangen, habe hier die Death-Punkte mitgenommen. Hier müsst ihr einfach gucken, ob ihr hier die Rüstung braucht oder nicht. Ich brauche sie nicht, deswegen habe ich sie nicht mitgeskillt. Bin dann hier hochgegangen auf diese Death-Punkte. Das habe ich aber nur gemacht, weil ich hier die Stärke nochmal abgreifen will. Dann bin ich hier hochgegangen auf die Death-Notes, habe hier aber Rüstung nicht mitgeskillt, weil ich sie absolut nicht mehr brauche. Und dann bin ich hier hochgegangen über die Schadensseite ab ins nächste Board. Das nächste Board, da habe ich Gemetzel genommen. Gemetzel habe ich nach links gedreht, dann passt das soweit. Ich bin reingegangen ins Board und gleich hoch zum Glyphen-Punkt. In den Glyphen-Punkt selber habe ich die Glyph-Beithändigkeit reingemacht. Weithändigkeit sorgt dafür, dass wir die magischen Knotenpunkte in Reichweite einfach nochmal verstärken. Und zusätzlich habe ich nochmal 8% multiplikativ mehr Schaden, wenn wir Einhandwaffen benutzen. Und wir benutzen ja für unseren Bash, für unseren Heap Einhandwaffen. Dementsprechend habe ich natürlich auch alle magischen Nodes mitgeskillt, bis auf Willenskraft hier und Geschicklichkeit. Wenn ihr die braucht, um irgendwelche Bonis zu erfüllen, dann könnt ihr die auch noch mitskillen. Ansonsten könnt ihr diese Punkte allerdings weglassen. Natürlich skillen wir hier einmal den Schaden. Und wir skillen hier auch nochmal Schadensreduktion. Das macht natürlich durchaus Sinn. Und dann bin ich weitergegangen. Einmal hier unten noch mit hin. Hier habe ich nochmal Schaden mitgenommen. Dann bin ich von diesem Board einmal nach oben weggegangen und einmal nach links weggegangen. Ich gehe am Anfang hier nach links weg, nehme hier nochmal den Schaden mit. Und hier habe ich dann das Board rangefügt, makellose Technik. Makellose Technik habe ich nach unten gedreht. Will ich aber auch gar nicht mitskillen. Ich bin reingegangen, bin direkt hier zum Glyphenpunkt gebrannt und habe da Groll reingemacht. Mit Groll sorgen wir dafür, dass wir pro 5 Stärkepunkte, die wir in diesem Radius von Groll haben, mehr Schaden machen, wenn wir im Berserker Modus sind. Zusätzlich bietet diese Groll-Glyphen auch noch den Vorteil, dass wir, wenn wir den Bonus erfüllen, mehr Schadensreduktion bekommen. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Denn ihr seht das schon, im Berserker Modus erleidet ihr 10% weniger Schaden durch Elitegegner. Deswegen holen wir uns auch die 40 Stärkepunkte. Das ist auch nicht das große Problem. Wir haben hier 10 Stärke, wir haben da 10 Stärke, wir bekommen hier 10 Stärke mit und da auch nochmal 10 Stärke. Ist also kein großes Thema. Nicht viele Punkte, die wir hier verschwenden in diesem Board. Und dann gehen wir hoch ins nächste Board und da haben wir doch wesentlich mehr Punkte wieder drin. Das Board hier oben ist dann Kriegshetzer. Kriegshetzer, jedes Mal, wenn ihr 75 Wut verbraucht, erhaltet ihr 15% eures maximalen Lebens als Stehlung. Ist eigentlich eine ganz gute Note, könnten wir rein theoretisch auch spielen. Allerdings ist der Weg hier runter viel zu lang und deswegen habe ich es nicht mitgeskillt. Ich bin stattdessen einmal hier auf diesen Glyphenpunkt wieder gegangen. Hier habe ich Zorn drin. Für je 5 in Reichweite erworbene Geschicklichkeitspunkte verursacht ihr x erhöhten kritischen Trefferschaden. Dadurch erhöhen wir unseren Schaden nochmal ganz enorm. Der Bonus hier drin, der spielt nicht so eine große Rolle. Der dient zur Wuterzeugung. Wir haben sowieso fast immer volle Wut. Es sei denn, wir benutzen den Tritt. Aber selbst nach dem Tritt haben wir sofort wieder volle Wut. Deswegen ist der Bonus hier nicht relevant. Was ich aber noch weiter gemacht habe, ist hier unten den Punkt mitgenommen. Hier habe ich Widerstand gegen alle Schadensarten drin. Ich brauche tatsächlich diese Notes, um meine Resis auf Max zu bekommen. Wenn ihr auch so genügend Widerstände habt in eurem Bild, wenn ihr auf Max Widerstände kommt, dann könnt ihr diese Punkte hier rein theoretisch auch weglassen und woanders reinpacken. Was allerdings wichtig ist, sind diese Punkte hier. Dadurch machen wir nochmal physischen Schaden mehr. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich bin hier nochmal mit hingegangen, denn hier bekomme ich nochmal jede Menge mehr Wut. Und das ist in meinem Bild nicht schlecht, denn ihr wisst es ja, ich habe Tritt geskillt. Und wenn ich Tritt benutze, wird meine komplette Wut verbraucht. Und pro Wutpunkt, den ich habe, mache ich mehr Schaden. Und ich mache meine Gegner auch noch verwundbar. Wenn ihr Tritt nicht skillt und dafür Eisenhaut skillt, dann braucht ihr diese Punkte auch nicht. Dann habt ihr nämlich keinen Wutausgeber. Und dann braucht ihr auch insgesamt hier nicht so viel Wut. Dann könnt ihr euch das hier auch schenken. Ich bin dann noch hier hochgegangen. Hier ist nochmal genau das Gleiche. Hier haben wir nämlich auch nochmal mehr Wut. Und dann bin ich ins nächste Board gegangen. Im nächsten Board habe ich Ausweiden benutzt. In dem Board Blutrausch. Blutrausch ist nach oben links gedreht. Ich bin reingegangen direkt hier auf Ausweiden. Ausweiden für je 5 in Reichweite erworbene Willenskraftpunkte verursacht der x Blutungsschaden. Das ist erstmal soweit ganz gut. Ihr fragt euch jetzt natürlich, wieso haben wir das geskillt? Wir bringen unsere Gegner auch gar nicht zum Bluten. Doch, das machen wir. Das machen wir über einen Aspekt. Da kommen wir später zu. Deswegen hier diesen Punkt geskillt. Wir wollen unsere Gegner auch bluten lassen. Denn das ist wichtig. Denn ihr seht hier den Bonus. Wenn ihr einen blutenden Gegner tötet, besteht eine Chance von 10% die Abdingzeiten eurer nicht ultimativen aktiven Abdingzeiten um eine Sekunde zu verringern. Das sorgt auch dafür, dass wir unsere Rufe sehr sehr oft ready haben. Und genau das wollen wir. Deswegen lassen wir die Gegner über einen Aspekt bluten. Wir müssen nicht viel Blutungsschaden in unserem Bild machen. Hauptsache wir machen welchen. Und deswegen habe ich hier auch nicht zu viele Punkte mitgeskillt, sondern einfach nur dafür gesorgt, dass ich den Bonus bekomme. Ihr seht das, ich habe 29 Willenskraftpunkte. Dann bin ich hier hochgegangen, habe hier nochmal den Schneid mitgemacht. Weniger Schaden durch Gegner und vom Typ Bluten. Wenn ich die Gegner schon zum Bluten bringe, dann habe ich nochmal eine Schadensreduktion mit drin. In diesem Fall haben wir den Blutrausch mitgeskillt. Beim Töten eines blutenden Gegners besteht eine Chance von 10% 5 Sekunden lang den Berserker Modus zu verfallen. Und der Schaden wird zusätzlich auch nochmal mit erhöht. Dann bin ich nach hier oben hingegangen, habe hier nochmal Schaden während des Berserker Modus mitgeskillt. Und die Sache ist hier soweit fein. Wir gehen jetzt aber nochmal zurück in das zweite Board. Beim ersten Board sind wir hier hochgegangen und von da aus sind wir nach links eben weggegangen. Jetzt gehen wir von hier aus nochmal einmal nach oben mit, denn hier ist auch noch ein Board drin. Und zwar ist hier das Board Dezimierer drin. Dezimierer habe ich nach links gedreht, aber ich bin hier erstmal hochgegangen und auf den Glyphenpunkt. In diesen Glyphenpunkt habe ich dann unerschrocken reingemacht. Für je 5 in Reichweite erworbene Willenskraftpunkte verursacht ihr 6,1% Schaden, wenn ihr gestillt seid. Wir sind immer gestillt, also ist das Ganze nochmal ein Damage Boost. Ihr erleidet bis zu 10% Schadensreduktion, je mehr Stehlung ihr besitzt. Wir besitzen meistens volle Stehlung, damit haben wir diese 10%. Das ist der Grund, warum wir hier reingehen. Wir nehmen hier natürlich den Bonus mit, nochmal ein bisschen Schaden und hier nehmen wir den Bonus mit. Hier haben wir nochmal ein bisschen Death mit drin und gehen dann hier rüber zu dem legendären Knotenpunkt und das war's. Dezimierer selber, wann immer ihr einen Gegner verwundbar macht, wird euer Schaden drall 5 Sekunden lang um 10% multiplikativ erhöht. Überwältigen eines verwundbaren Gegners gewährt euch 5 Sekunden lang einen zusätzlichen Bonus von 10% auch multiplikativ. Das war soweit das Paragon Board, das werde ich euch unter dem Video natürlich aber auch nochmal verlinken, sodass ihr nicht die ganze Zeit hier pausieren müsst. Jetzt gucken wir uns das nächste Mal das Equip an und wie gesagt, ich habe den gestern ganz spontan umgeskillt, bin damit ein bisschen rumgelaufen. Mit diesem schlechten Equip, was ich euch jetzt zeigen werde, habe ich tatsächlich gleich auf Anhieb 100er Nightmare Dungeons gemacht, habe keine Ahnung 80er, 90er Pits gemacht, habe damit über Lilith gelegt, habe damit 200er Bosse gelegt und bei dieser ganzen Geschichte habe ich nicht einmal die Harlequin Krone getragen. Ich habe nachher im Gameplay zweimal Andariel gelegt, auf Überversion, also auf 200, das eine Mal mit der Harlequin Krone, das andere Mal ohne Harlequin Krone. Da könnt ihr dann nämlich den Vergleich sehen, wie das vom Schaden her aussieht. Jetzt gucken wir uns auch mal eben kurz das Equip an und dafür nehme ich auch nochmal meinen anderen Helm runter, den ich vorher drin hatte, wenn ich ihn denn finde, genau da ist er schon. Ich hatte am Anfang diesen Helm hier drin, diesen Helm findet ihr sehr oft bei Andariel oder bei Duriel, deswegen sollte es kein Problem sein, diesen Helm zu besorgen. Ihr besorgt ihn mit möglichst guter Qualität, solange ihr noch keine Harlequins Krone habt. Wenn ihr eine Harlequins Krone habt, ist die Harlequins Krone tatsächlich die bessere Wahl, weil die Stats, die hier drauf sind, fast alle gut sind. Der einzige Stat, der auf der Harlequin Krone nicht gut für uns ist, ist die Ressourcenerzeugung und ihr seht das auch schon, die habe ich mit der 8. Aufwertung tatsächlich getroffen, also kann ich das Ganze nochmal resetten, den will ich nämlich eigentlich nicht verstärken, den Wert. Ansonsten hat die Harlequin Krone aber sehr, sehr gute Werte, wir sehen schon, dass alle Werte gesteigert werden, wir jede Menge zulässiges Leben bekommen, Abklingzeiten reduzieren, was sehr, sehr wichtig ist. Wir wollen unsere Rufe immer aufrechterhalten, davon profitieren wir ja und wir wollen möglichst oft den Zorn des Berserkers benutzen, deswegen ist Abklingzeitenreduktion eine wichtige Geschichte bei uns im Bild. Und dann haben wir nochmal die 20% Schadensreduktion, was richtig, richtig viel ist und 4 zu Ränge für alle Fertigkeiten. Und wir benutzen in diesem Bild ja unsere Basisfertigkeit und zwar Bash bzw. Heap auf Deutsch und Heap wird alleine durch diesen Helm schon mal wieder um 4 Ränge angehoben und macht damit nochmal wesentlich mehr Grundschaden, den wir ja multiplikativ erhöhen. Und deswegen ist halt Harlequin Krone tatsächlich absolut das beste Item hier drin. Wenn ihr den Helm allerdings nicht habt, dann tragt ihr diesen Helm und ihr seht nachher auch im Video, im Gameplay, dass dieser Helm genauso abgibt bzw. er performt sehr, sehr gut. Nicht so gut wie dieser hier, aber auch sehr, sehr gut. Dieser Helm sorgt sogar noch dafür, dass wir im Zorn des Berserkers nochmal mehr Schaden machen können und damit ist die Geschichte sehr gut und auf diesem Helm ist Angriffsgeschwindigkeit drauf, was auch sehr gut ist. Also dieser Helm ist die günstige Variante, könnt ihr nehmen, bis ihr dann die Harlequin Krone habt. Ein zweites Unique Item, welches ich euch sehr empfehlen kann, ist diese Waffe hier und zwar Ramaladness. Das ist ein Einhandschwert und damit steigert ihr den Schaden auch nochmal ganz enorm, auch wenn wir dabei natürlich auf eine Härtungsmöglichkeit auf einer Waffe verzichten und auf einen Aspekt, den wir frei wählen können. Allerdings ist der Unique Aspekt, der hier drauf ist, so stark, dass wir darauf eigentlich nicht verzichten wollen. Dadurch, dass wir diese Waffe hier tragen, haben wir hier schon den Schwertslot belegt und wir wollen für unsere Skillung ja auch noch einen Streitkolben haben, eine Wuchtwaffe, denn wir haben ja zur Erinnerung, wir gehen nochmal eben kurz rein, hier unten mitgeskillt, dass wir die Chance haben, wenn wir mit einer Wuchtwaffe zuschlagen, die Gegner zu betäuben. Und dadurch wollen wir natürlich dann Streitkolben tragen, das heißt, ich habe einen Streitkolben auch drin, mein Streitkolben ist nicht sonderlich gut. Ihr seht das schon, dass ich Leben als verstärkten Wert drauf habe, sollte eigentlich nicht sein. Schön wären hier Werte drauf gewesen, wie kritischer Treffer, Schaden, Stärke ist in Ordnung, Schaden gegen nahe Gegner, Schaden gegen verwundete Gegner, solches dazu wären drauf. Ist bei mir allerdings noch nicht, werde ich aber in den nächsten Tagen ändern. Was ich allerdings drauf habe, sind die Härtungen. Die Härtungen sind auch nicht in Perfekt gerollt, auch das seht ihr, wie gesagt, ich habe gestern diesen Charakter erstellt und habe ihn ausprobiert und bin davon so schwer begeistert, dass ich heute direkt das Video dazu mache. Und wir sehen schon die richtigen raufgerollten Härtungen und zwar wollen wir einmal dafür sorgen, dass Hieb mehr Spaltungsschaden verursacht. Das wollen wir nach Möglichkeit immer auf unser Hieb machen, wenn es irgendwie möglich ist, weil dieses Ganze hier ist multiplikativ. Das ist nämlich genau das Thema, was im Moment so hart diskutiert wird und warum so viel Unsicherheit bezüglich des Hieb Babars ist. Dieser Wert bleibt multiplikativ und deswegen ist es sehr, sehr stark. Wir wollen den überall raufmachen, wo es geht. Wir können den auf unsere Schmuckstücke raufmachen, wir können den auf die Hände raufmachen, wir können den auf die Waffen raufmachen. Was wir noch haben wollen, ist Schaden gegen Gegner in der Nähe. Also dadurch, dass wir nahkampfbar war sind, sind wir in der Nähe unserer Gegner und wollen da auch nochmal ordentlich die Schadenserhöhung mitnehmen. Das gleiche wollen wir nach Möglichkeit auch auf eine Zweihandwaffe mit drauf haben. Hier habe ich es auch drauf, Schaden gegen Gegner in der Nähe und Hieb. Und wir wollen das Ganze auf dieser Waffe auch noch mit drauf haben. Hier habe ich es nicht. Hier habe ich zwar Hieb getroffen, aber ich habe nicht Schaden gegen nahe Gegner drauf. Dafür habe ich in diesem Fall allgemeinen Schaden drauf. Schaden gegen nahe Gegner wäre besser, weil der Wert höher rollen kann. So und dann habe ich eben fälschlicherweise gesagt, dass wir diesen Aspekt hier mit dem Spaltungsschaden für Hieb auch auf das Schmuckstück und auf die Hände raufmachen können. Das stimmt allerdings nicht. Da habe ich mich gerade vertan. Deswegen haben wir hier auf Ringe auch nicht diesen Spaltungsschaden für Hieb drauf, sondern wir haben Abklingzeitenreduktion für Zornes Berserkers drauf. Der andere Wert bleibt wieder Schaden gegen Gegner in der Nähe, denn dadurch pushen wir den Schaden ja ganz enorm, weil wir immer in der Nähe der Gegner sind. Und jetzt sorgen wir noch dafür, dass die Abklingzeit von Zorn sehr, sehr gering ist und wir diese Fähigkeit sehr, sehr oft nutzen können. Das gleiche habe ich natürlich auf dem anderen Ring drauf und auf dem Amulett habe ich auch nochmal Schaden gegen Gegner in der Nähe drauf. Aber ich habe hier Widerstände gegen Blitz mit drauf. Das musste ich reinmachen bei mir, weil ich sonst meine Riesis nicht gecappt hätte. Mein Equip ist noch nicht gut. Könnt ihr das anders erledigen, braucht ihr hier diesen Wert nicht raufmachen und könnt dafür auch wieder einen wichtigeren Wert rauf. Auf den Händen habe ich dafür gesorgt, im Moment bei mir Schaden, solange Kriegsschrei aktiv ist, ist es erhöht. Hier wäre die Härtung besser gewesen, die besagt, dass wir mehr Schaden machen können, wenn wir im Berserker-Modus sind. Habe ich allerdings nicht getroffen. Ich habe hier keine Slots mehr drauf und ich habe keine anderen Hände. Deswegen sind die Hände bei mir ganz, ganz schlecht gerollt im Moment. Und der Stahlgriff ist natürlich auch richtig. Mist, ich benutze nämlich gar keinen Stahlgriff, auch da könnte was anderes rein. Meine Hände sind also im Moment versaut und die sollt ihr auf jeden Fall austauschen. Jetzt habe ich natürlich noch andere Slots, wo wir Härtung drauf haben und die wollen wir uns natürlich auch nochmal angucken. Auf der Brust habe ich bei mir Erschütterung drauf und imposante Erscheinung. Wir haben immer die Möglichkeit und das gleiche gilt auch hier, hier unten für für die Hose. Wir schauen uns das Ganze mal im Skillbaum an. Wir können mit den Härtungen folgenden Sachen treffen. Zum einen haben wir die Möglichkeit, diesen Wert zu erhöhen um bis zu zwei imposante Erscheinungen. Das würde dafür sorgen, dass wir viel mehr Leben kriegen. Oder diesen hier. Das ist beides im gleichen Menü drin. Einen von den beiden Werten können wir um zwei erhöhen. Beide Werte wären gut. Ich habe gerade auf dem Beispiel, was ich da gerade hatte bei dem Item, habe ich die imposante Erscheinung erhöht. Auch nur um einen, glaube ich. Zwei wäre hier. Max wäre natürlich besser. Genau das gleiche. Dieser hier wäre auch gut. Dadurch würden wir Tankinger werden gegen Elite, Gegner und gegen Bosse. Das ist eine Möglichkeit, die wir pushen wollen. Und die andere Härtung, die setzen wir nach Möglichkeit auf diesen Slot hier, Erschütterung, rauf. Denn desto höher wir die Härtung kriegen für Erschütterung, desto höher geht diese Not und desto höher ist die Chance, dass wir unsere Gegner permanent betäuben können. Deswegen gehen wir mal wieder zurück und wir schauen uns das Item an. Ihr seht ja schon, dass ich hier Erschütterung 1 drinne habe. Zwei wäre hier Max und imposante Erscheinung habe ich hier drauf. Das erhöht mein Leben in diesem Fall, auch um zwei erhöht. Auf der Hose habe ich es genau andersrum. Wir haben auch wieder Erschütterung drauf, allerdings auch nur auf Stufe 1. Stufe 2 wäre hier natürlich auch besser. Das ist wieder diese Stunt-Chance mit einem Streitkolben. Und wir haben hier diesmal nicht die imposante Erscheinung drin, dass wir unser Leben erhöhen, sondern hier habe ich Damage Reduction gegen Elite-Gegner drin und das ist die Kampfkraft, habe ich euch ja gerade gezeigt. Jetzt sind wir mit den Items fast durch mit den Härtungen. Wir haben aber noch eine Sache hier unten drinne und das ist diese Geschichte hier. Ich kann hier nochmal meine Betäubendauer erhöhen und ich habe hier nochmal Bewegungsgeschwindigkeit nach dem Töten eines Elite-Gegners drinne. Da könnt ihr allerdings auch andere Movement-Spells reinnehmen. Ich habe hier bloß keine Härte mehr übrig gehabt, deswegen sind die Füße bei mir auch bei weitem noch nicht perfekt. Bei den Stuts beim Equipment haben wir eben gerade schon drüber geredet. Wir wollen auf Waffen solche Sachen drauf haben. Schaden gegen Gegner in der Nähe, Stärke, kritischen Treffer, Schaden gegen verwundbare Gegner, solche Geschichten. Auf den Händen wollen wir, wenn es geht, Angriffsgeschwindigkeit noch mit drauf haben. Wir müssen über unser Equipment natürlich auch die Widerstände in den Griff bekommen, dass wir 70, 70, 70, 70, 70 haben an Widerstände. Also hier alles auf Max haben. Das ist wichtig und wir müssen dafür sorgen, dass wir unsere Rüstung auf 9.230 haben. Ich habe sie noch nicht ganz auf 9.230, weil mein Equipment noch nicht so gut ist. Wenn ich das Ganze allerdings habe, dann werde ich diesen Aspekt hier rausnehmen. Momentan erfülle ich meinen Rüstungs-Cap von 9.230 über diesen Aspekt hier. Schaffe ich das Ganze ohne diesen Aspekt, ist es natürlich schön. Dann kann ich hier noch ein bisschen Schadensreduktion hier rein skillen statt diesem hier. Im Moment muss ich hierüber meine Rüstung holen. Eine ganz wichtige Sache möchte ich nochmal mit ansprechen und zwar ist das diese Geschichte hier. Wir wollen auf der Brust Plus zu Hieb haben. Also Plus zu der Fertigkeit Hieb oder so wie es bei mir ist, Plus auf Fertigkeiten des Typ Basis ist es bei mir. Dadurch, dass der Wert verstärkt ist, ist er auch auf 3 und damit ist es gut. Auf jeden Fall wollen wir mit der Brust unseren Hauptangriff Bash erhöhen. Das ist ganz wichtig, ob ihr das jetzt mit Plus-Fertigkeiten zur Basis macht oder Plus zu Hieb. Das ist im Prinzip relativ egal. Versucht den Wert darauf so hoch wie es geht zu bekommen. Wenn ihr Plus zu Hieb habt, könnt ihr diesen Wert, wenn er verstärkt ist, sogar standardmäßig schon auf 4 haben. Deswegen wäre das sogar noch ein Stück besser. Aber ist sehr, sehr schwer zu bekommen in der Form, wie wir es gerade gesagt haben. Dann gibt es noch andere wichtige Aspekte, die wir einmal kurz ansprechen wollen. Und zwar ist das einmal der Aspekt, den ich hier auf den Händen drauf habe. Dieser Aspekt auf den Händen, der funktioniert zusammen mit diesem Aspekt hier. Wir haben jetzt eine Chance von bis zu 35% unserer Gegner mit einem vampirischen Fluch zu belegen. Das ist soweit schon mal völlig in Ordnung. Und jetzt haben wir hierüber, deswegen auch für Zweihandwaffe, die Sache drauf, dass wir 160% Basisfertigkeiten schaden und 15% Bewegungsgeschwindigkeit bekommen. Und das ist einfach so stark, dass wir dafür auch gerne zwei Aspekte verschwenden. Dabei achtet bitte darauf, dass ihr diesen Aspekt hier auch tatsächlich in eine Zweihandwaffe macht, damit der verdoppelt ist. Über den drinnen Aspekt haben wir gerade schon gesprochen. Hier ist der Aspekt bei mir drin. Nach dem Wirken von drei Basisfertigkeiten wird eine eurer aktiven Abhängzeiten und zwei Sekunden verdürzt. Dadurch habe ich meine Rufe wieder schneller already. Hier habe ich nochmal 20 Schadensreduktionen mitgenommen. Und dann habe ich hier nochmal einen wichtigen Aspekt drin. Hier erzeugen wir nämlich, wenn wir unter 50% Ressourcen sind, mehr Ressourcen, Ressourcen. Aber wenn wir über 50% unserer Ressourcen sind, machen wir halt wesentlich mehr Schaden. Und diesen wesentlich erhöhten Schaden multiplikativ, den nehmen wir natürlich gerne mit. Dann machen wir hierüber nochmal 20% multiplikativ mehr Schaden. Auch das nehmen wir mit. Denn jedes Mal, wenn wir zuschlagen, unsere Primärressource ist voll, haben wir diese 20%. Unsere Ressource ist eigentlich immer voll. Und hierüber haben wir nochmal die Möglichkeiten, unsere Ruffertigkeit in der Abhängzeit zu reduzieren. Jetzt habe ich noch zwei Aspekte nicht angesprochen. Da wollen wir natürlich auch nochmal eben kurz drauf eingehen. Und zwar ist das einmal dieser Aspekt hier. Basisfertigkeiten erhalten bis zu 60% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Dadurch können wir wesentlich schneller zuschlagen. Desto schneller wir zuschlagen können, desto mehr Wut. Beziehungsweise Wut haben wir immer voll. Hier mit diesem Aspekt machen wir das Ganze. Jedes Mal, wenn wir im Berserker-Modus direkten Schaden verursachen, werden wir unsere Gegner auch bluten lassen. Und damit trifft diese ganze Geschichte, was wir im Paragraut baut, geskillt haben, mit ein. Jetzt sind wir schon fast durch mit dem ganzen Kram. Wir gucken uns aber zumindest nochmal eben die Expertise an. Bei der Expertise, da nehme ich Zweihandachs. Die Zweihandachs ist eine sehr gute Geschichte. Denn damit erhöhen wir nochmal den Schaden gegen verwundbare Gegner. Und dadurch steigern wir unseren Gesamtschaden auch nochmal ungemein. Und das war's dann soweit. Eine Sache kann ich euch noch mit auf den Weg geben. Wenn ihr diese Sachen soweit gehärtet habt, dann geht ihr ja anschließend beim Schmied zur Vollendung. Wenn ihr diese Sachen vollendet, also die Items gut genug sind, dass man sie vollenden kann. Das ist bei mir eigentlich nicht der Fall. Die Items sind nicht gut. Aber wenn sie gut genug sind und die vollendet sie jetzt, also wertet sie hoch auf 4 bzw. auf 8 oder auf 12, dann wollt ihr natürlich nach Möglichkeit die Werte Heap bzw. Schaden gegen Gegner in der Nähe pushen. Das ist soweit die Skillung. Die Spielweise selber ist sehr sehr einfach. Das könnt ihr euch vorstellen. Wir werden die ganze Zeit mit Heap, 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 Heap auf unseren Gegnern rumballern. Wir werden immer zusehen, dass wir mindestens einen Ruf aktiv haben. Und wir werden Zorn des Berserkers versuchen auf Abklingzeit zu halten und möglichst oft einzusetzen. Deswegen haben wir so viele CD-Reduce. Zusätzlich habe ich bei mir im Bild noch die Möglichkeit mit Tritt meine ganze Wut schlagartig auszugeben, zusätzlichen Schaden zu machen und meine Gegner nochmal zusätzlich verwundbar zu machen. Mit verwundeten Gegner mache ich nochmal wieder mehr Schaden und ich habe zwei Aufladungen permanent davon zur Verfügung. Ihr könnt Tritt wie gesagt auch rausnehmen und könnt dafür defensiver spielen, könnt dafür gerne noch die Eisenhaupt mit reinnehmen, dann seid ihr noch defensiver unterwegs, geht natürlich auch. Jetzt im Anschluss zeige ich euch wie gesagt nochmal zweimal Überboss, einmal mit der Harlekin-Krone, einmal ohne Harlekin-Krone, damit ihr da einfach mal den Unterschied seht. Ich glaube das ist nochmal eine ganz interessante Sache, weil nicht jeder eine Harlekin-Krone hat und das war es dann erstmal mit dem Guide soweit. Falls noch irgendwelche Fragen sind, könnt ihr sie gerne unter dem Video stellen. Ihr könnt uns aber auch abends gerne im Stream besuchen. Wir streamen da fast jeden Abend, da könnt ihr auch Fragen stellen, da könnt ihr euch beteiligen. Wir haben eine sehr nette Community da, ihr seid herzlich eingeladen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wieder alles Liebe, alles Gute. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. In dem Sinne sage ich Tschüss und euch noch viel Spaß. Ciao. Tschüss. 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 Ich bin auch nicht bereit. Ich bin auch nicht bereit. Ich muss warten. Ich bin auch nicht bereit. 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 Ich bin auch nicht bereit.